Mach deine Augen auf. Die meisten Menschen erleben nie so ein richtiges eigenes Abenteuer. Was ist schon ein Leben ohne Träume? Die warten alle auf dich. Courtney Love fragt, ob du ihre E-Mail gekriegt hast. Und die Designabteilung braucht die Farbe für das Bikini-Cover. David Feltje. Bei Honey, ich ruf dich später an. Wann? Sag nicht bald. Ich hasse es, wenn du bald sagst. Bald! Du hast schon wieder mit Julie Gianni geschlafen, oder? Julie ist deine Freundin. Und manchmal schlafen wir miteinander. Du kannst aus deinem Leben machen, was du willst. Aber eines Tages wirst du wissen, was wahre Liebe ist. Und wem verdanke ich dieses Vergnügen? Das verdanken sie Sophia. Mit dem Mädchen würde ich mein ganzes Leben verbringen. Ich werde da nicht reingehen. Aber ich. Gute Nacht. Wunderschön. Was wollen Sie dafür? Einen Kuss. Das Lächeln bringt mich noch ins Grab. David Ames. Du verfolgst mich. Ich hab mich bloß nach dir gesehen. Wann hast du das Interesse an mir verloren, David? Das war nicht so schnell, Julie. Wenn du mit einer Frau schläfst, dann gib dein Körper ein Versprechen ab, ob du es willst oder nicht. Glaubst du an Gott? Mach deine Augen auf. Wir haben hier eine bestimmte Situation. Was ist das? Das war ich nicht. Man beschuldigt sie des Mordes. Es gab keinen... Mord. Ich will Sophia zurückhaben. Diese Leute sind gefährlich. Die wollen mich vernichten! Es gibt eine Erklärung dafür, David. Ich will sie nicht. Untertitelung des ZDF, 2020